herzlich willkommen liebe leute zum pack opening von mir boba von exy version ex es gibt 50k packs und die machen wir doch jetzt selbstverständlich auf oder zweimal ja wir machen das einfach das erste überspringen wir das zweite lassen wir laufen komm schon komm schon ronaldo werden so werden wir jetzt drin was ein typ boba ist was ein typ er zieht hazard junge er zieht ihn und sonst viktor lieber alter falter wie viel ist der junge junge ich habe erst mal so geguckt okay sieht nicht so toll aus aber dann ist er hier noch drin es ist unfassbar wie viel ist er 200k 300k ach du scheiße 553k junge ganz ruhig bleiben alles gut alles gut deswegen komm juckt keinen mehr es juckt doch niemanden mehr so jetzt noch ronaldo dann ist der tag gebraucht für mich ich gucke nicht hin ich gucke nicht hin komm schon ronaldo ganz einfach im pack ronaldo und wer ist drin wir haben etoro klose jones höre das costa costa es ist es ist unglaublich es ist unglaublich es ist unfassbar dieses pack lag heute schon wieder ich bin zufrieden ein moment noch ich muss ganz kurz hier gündo ankaufen habe ich im vorfeld verkauft weil ich noch nicht genug hatte fließt per coupling aber wir holen jetzt noch schnell ein aber ach du scheiße ha azad azad und gündo an das ist richtig gündo an ja und die go costa das ist richtig richtig krass du kommst mit bitte also ach du meine güte 600k oder 700 kam jetzt hier von 100 k das heißt wir haben es versechsfacht krass alter so ich hoffe euch hat das video gefallen oh oh ja das ist für teamtraining anwenden wenn ja dann gibt mir darum nach oben bis damals guten tschau liebe leute euer boah von ex wie fast eine ex mit dem doppelix schiu 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 schiu